2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten haben wir ja schon alles gehabt, was mit Zahlen zu tun gehabt hat. Halten, Parken, vor dem Fußgängerüberweg, danach Bushaltestelle, Ankreuzungen und so weiter. Und falls du ein Video nicht gesehen hast oder noch einmal sehen möchtest, rechts oben in der Infocard findest du den Link zur Playlist. Da kannst du dann auf alle Videos zugreifen. Wir machen jetzt weiter mit Frage 109. Also grundsätzlich darf man nie in zweiter Reihe halten oder parken. Für Taxen gibt es eine Ausnahme, damit sie die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen können. Sonst könnten die ja in München zum Beispiel nirgendwo anhalten. Womit müssen sie rechnen, wenn sie Warnblinklicht sehen? Also Warnblinklicht ist ja immer ein, also gelbes Blinklicht ist ja immer ein Gefahrenzeichen. Wenn die Ampel zum Beispiel aus ist, dann blinkt sie auch gelb und sagt ja einfach Achtung, Achtung, hey, pass auf. Mit einem LKW, der liegen geblieben ist. Genau, wenn ein Fahrzeug liegen geblieben ist, egal ob es jetzt ein LKW ist oder Pkw, sogar bei Motorrädern gibt es Warnblinklicht. Mit einem Schulbus, aus dem Kinder aussteigen. Genau, da haben wir ja glaube ich im ersten Video war das alles, was mit Bussen da zu tun hatte. Warnblinklicht an, aus, fahren, stehen, Blinker links, Blinker rechts und so weiter. Mit einem Pkw, der abgeschleppt wird. Genau, das ist auch Pflicht, dass du da dein Warnblinklicht anschaltest. Einfach um das kenntlich zu machen, weil ja beide Fahrzeuge mit einer Stange oder einem Seil abgeschleppt werden von maximal 5 Metern Länge. Und dass man dann erkennt, dass das Fahrzeug auch abgeschleppt wird oder abschleppt, müssen beide Warnblinklicht anhaben. Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden? Hier musst du aufpassen, hier gibt es zwei Fragen, einmal innerorts und einmal außerorts. Da gibt es einen großen Unterschied. Außerorts dürfen wir die Hupe als Überholsignal benutzen und als Warnzeichen. Die gleiche Frage gibt es wie gesagt auch noch innerorts. Da gilt es dann nur als Warnsignal, nicht zum Überholen. Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden? Ja, okay. Worauf müssen Sie bei den Beleuchtungseinrichtungen Ihres Fahrzeugs achten? Sie müssen funktionstüchtig sein. Das klingt doch schon mal gut. Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein. Ja. Sie müssen sauber sein. Und sauber müssen Sie auch sein. Also alles richtig. Wodurch kann auch mit Abblendlicht der Gegenverkehr geblendet werden? Durch falsch eingesetzte Glühlampen. Ja, das ist richtig. Wenn zum Beispiel eine falsche Birne drin sitzt, zum Beispiel zu hell ist oder falsch eingesteckt worden ist, dass sie so ein bisschen schief steht, dann kann auf jeden Fall der Gegenverkehr geblendet werden. Durch falsche Beladung. Das ist auch richtig. Habe ich auch im, ich glaube, ersten oder zweiten Video erklärt. Wenn du dein Fahrzeug stark beladen hast, also hinten im Kofferraum viel schwere Sachen drin sind, dann sinkt das Fahrzeug ja hinten ein und steigt vorne in die Höhe. Das bedeutet, dass der Gegenverkehr durch dein Abblendlicht geblendet wird. Also falsche Beladung sorgt auf jeden Fall dafür, dass der Gegenverkehr durch dein Abblendlicht geblendet wird. Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer. Genau. Und wie gesagt, bei der Beladung, Scheinwerfer blenden den Gegenverkehr. Es gibt eine sogenannte Leuchtweitenregulierung. Die ist bei manchen Fahrzeugen automatisch. Bei manchen muss man die aber auch per Hand einstellen. Und wenn die zu hoch eingestellt ist, dann blendest du natürlich auch den Gegenverkehr. An einem Bahnübergang schwenkt ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne. Was bedeutet dies? Sie müssen vor dem Bahnübergang warten. Die Fahne hat nur Bedeutung für den Lokführer. Sie dürfen die Gleise vorsichtig überqueren. Also da gibt es ein paar Fragen, die werden wir wahrscheinlich jetzt alle bekommen. Zwecks Bahnübergang. Und egal, was am Bahnübergang passiert, da kann ein Signalton erscheinen oder ein Blinklicht auftauchen oder die Schranken gehen runter oder irgendwas. Du musst immer warten. Die Signale sind natürlich alle für dich. Und egal, was da passiert, du musst immer warten. Wann müssen Sie vor einem Bahnübergang warten? Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt. Wenn sich die Schranken senken. Wenn rotes Blinklicht aufleuchtet. Okay, egal was da ist, immer stehen bleiben. Kommen bestimmt noch weitere Fragen. Ja, ja, jetzt kommt alles mit Bahnübergang. Sie nähern sich einem Bahnübergang mit Blinklichtanlage und Halbschranke. Das rote Blinklicht leuchtet auf. Die Halbschranke ist noch geöffnet. Wie verhalten Sie sich? Weiterfahren, solange die Halbschranke noch geöffnet ist. Vor dem Andreas-Kreuz-Warten. Den Bahnübergang überqueren, wenn kein Schienenfahrzeug in Sicht ist. Also, wie gesagt, immer stehen bleiben. Vom Andreas-Kreuz. Ein Bahnbediensteter schwenkt an einem Bahnübergang eine rote Leuchte. Was bedeutet dies? Sie müssen vor dem Bahnübergang warten. Sie dürfen die Gleise vorsichtig überqueren. Die rote Leuchte hat für Sie keine Bedeutung. Sie nähern sich einem Bahnübergang, dessen Schranken geöffnet sind. Wie verhalten Sie sich? Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen Stau angehalten werden müsste. Das ist natürlich auch wichtig. Du darfst auf den Schienen nicht stehen bleiben. Weil man weiß ja nicht, wie lange das Ganze dauert. Und wenn dann irgendwann der Zug kommt und du stehst mitten auf den Gleisen, das ist natürlich ein bisschen blöd. Mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfahren, weil in solchen Fällen der Straßenverkehr immer Vorrang hat. Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, Bahnstrecke beobachten. Ja, das ist auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit. Bahnübergangsschranken sind geöffnet. Wie verhalten wir uns? Ja, also grundsätzlich immer Geschwindigkeit vermindern, klar. Und du hast ja meistens ein Andreas-Kreuz an einem Bahnübergang. Und es ist übrigens nicht Pflicht. Also was heißt nicht Pflicht? Es ist nicht immer der Fall. Das Andreas-Kreuz bedeutet nämlich, dass der Schienenverkehr Vorrang hat. Und das bedeutet, dass du halt so hinfahren musst, dass wenn ein Zug kommt, du noch davor stehen bleiben kannst. Sie fahren auf einem Waldweg und nähern sich einem Bahnübergang ohne Andreas-Kreuz. Wie verhalten Sie sich? Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt. Okay, also wie gesagt, hier gilt das Ganze dann nicht ohne Andreas-Kreuz. Allerdings wird der Zug wahrscheinlich dich einfach wegrammen, wenn du da auf den Schienen stehst. Also dementsprechend ist es natürlich immer gut zu sehen oder zu hören, ob da jetzt ein Zug kommt. Ich würde es da nicht drauf ankommen lassen. Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert. Ja, also das machen wir einfach trotzdem. Ohne weiteres durchfahren, da Schienenfahrzeuge hier wartepflichtig sind. Genau, wir warten vor dem Andreas-Kreuz und Straßeneinmündungen, also sprich von rechts oder von links, ist zum Beispiel noch eine, ja. Eine Straßeneinmündung, dann warten wir vor dieser, damit Fahrzeuge da noch rein oder raus kommen. Bei Dunkelheit möglichst auf Standlicht schalten. Das ist auch korrekt, da Bahnübergänge meistens etwas leicht erhaben sind. Und wenn du dann an einem Bahnübergang warten musst, dann würdest du ja praktisch mit deinen Scheinwerfern den Gegenverkehr blenden. Und damit das nicht passiert, da schaltest du dann auf Standlicht. Wann dürfen sie einen unbeschrankten Bahnübergang mit Blinklichtanlage überqueren, nachdem ein Zug durchgefahren ist? Also unbeschrankt bedeutet, dass er einfach keine Schranken hat. Sowas gibt es auch. Aber in dem Fall hat er einfach nur ein Blinklicht. Wenn das rote Blinklicht erloschen ist? Genau. Sobald der Gegenverkehr anfährt, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet. Sofort nach Durchfahrt des Zuges, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet. Also einfach, wenn die Signale ausgegangen sind. Wie gesagt, wenn ein Andreaskreuz da ist, immer vor dem Andreaskreuz. So, Achtung, es gibt eine Frage. Und zwar, wenn du mit einem Anhänger unterwegs bist und dein Gespann ist länger als sieben Meter, dann musst du unmittelbar nach der letzten, also nach der einstreifigen Barke stehen bleiben, wenn Einrichtungen wirksam werden. Also sprich, wenn zum Beispiel die Schranken zu sind. Die Frage kommt aber bestimmt auch gleich nochmal, dann erkläre ich die. An einer Straßenbahnhaltestelle steigen Fahrgäste auf der Fahrbahn ein und aus. Wie verhalten sie sich, wenn sie rechts vorbeifahren wollen? Warten, wenn Fahrgäste gefährdet oder behindert werden könnten. Immer. Deutlich Warnzeichen geben und weiterfahren. Vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist und sie auch nicht behindert werden. Genau, also wenn Fahrgäste einen aussteigen, dann müssen wir warten. Und wenn keine einen aussteigen, dann natürlich dementsprechend langsam, hier mit Schrittgeschwindigkeit und damit keine Fahrgäste gefährdet werden. Wie verhalten sie sich, wenn ein Bus an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet ist? Beim Vorbeifahren durch ausreichenden Abstand eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen. Das ist natürlich richtig. Die anderen Antwortmöglichkeiten sind höchstwahrscheinlich auch richtig. Aber du musst immer jede einzelne Antwort mit der Frage kombinieren und dir überlegen, ist das korrekt? Das ist korrekt, also kreuze das an. Nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren. Nötigenfalls anhalten. Ja, das ist auch richtig. Warten, wenn Fahrgäste behindert werden können. Das ist alles richtig. Welchen Fahrzeugen müssen Sie das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen ermöglichen? Das haben wir ja auch schon im ersten Video besprochen, dass es für Schul- und Linienbusse dort besondere Regeln gibt. Im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn hält ein Linienbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einer Haltestelle. Wie verhalten Sie sich? Also wenn du das jetzt noch nicht weißt, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, das erste Video anzusehen aus der Playlist. Nur dann mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, wenn Fahrgäste die Fahrbahn überqueren wollen. Geschwindigkeit beibehalten, da der Bus auf der anderen Fahrbahnseite hält. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Sie nähern sich einem Linienbus, der auf Ihrer Fahrbahn in Gegenrichtung an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich ein? Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat. Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn. Ja, also da musst du auf jeden Fall damit rechnen. Das ist auch sehr, sehr gefährlich. Kannst du dir auf YouTube ein paar Videos dazu anschauen. Ja, extrem gefährlich. Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen. Okay, also auf der linken Seite steht der Bus. Und praktisch rechts neben deinem Auto rennt auf einmal jemand raus und möchte noch zu dem Bus. Also das passiert auf jeden Fall sehr häufig sogar. Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich ist? Das ist ein Meter. Womit ist bei Dunkelheit eine Ladung zu kennzeichnen, die mehr als einen Meter über die Rückstrahler des Fahrzeugs hinausragt? Mit orangefarbener Warntafel. Durch Einschalten der Nebelschlussleuchte. Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler. Ja, nee, also da ist nur das Letzte richtig. Nebelschlussleuchte, die musst du anschalten bei Nebel, okay, und bei nichts anderem. Und orange wäre auch eine Warntafel für Gefahrgut. Also in dem Fall ist nur die letzte Antwort richtig. Genau, da müssen die Bremsen ja, haben ja mehr Arbeit zu verrichten, wenn sie mehr Masse abbremsen müssen. Schäden an tragenden Fahrzeugteilen. Verschlechterung des Lenkverhaltens. Alles richtig. Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln an einem Fahrzeug? Es handelt sich um einen Viehtransport. Es handelt sich um einen Gefahrguttransport. Es handelt sich um einen Transport leicht verderblicher Lebensmittel. Also orange Tafeln sind immer Gefahrgut. Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich? Der Halter. Die Haftpflichtversicherung. Der Fahrer. Also, kurz zum Erklären. Der Halter ist derjenige, auf den das Fahrzeug zugelassen ist. Der Fahrer ist, naja, der, der das Fahrzeug fährt. Also sprich, dein Vater leiht dir sein Auto aus. Und dann ist dein Vater der Halter und du bist der Fahrer. Und natürlich ist der Fahrer für den, für das Fahrzeug verantwortlich und die Versicherung sowieso nicht. Naja, okay. Also es sind beide verantwortlich. Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich? Gut. Es sind beide verantwortlich. Du musst aufpassen. Du als Fahrer, egal was mit dem Auto ist, ja, ob jetzt zu wenig Profil auf dem Reifen ist oder die Bremse nicht funktioniert oder was weiß ich, bist du als Fahrer immer im Arsch. Und wenn die Polizei dich aufhält und zum Beispiel, ja, allgemeine Verkehrskontrolle mit dir durchführt und du hast da, sagen wir mal, zwei abgefahrene Reifen, dann bekommst du für jeden Reifen, für jeden Reifen Punkte. Okay. Und das sammelt sich mal ganz schnell zusammen. Und dementsprechend, ja, okay, Halter und Fahrer. Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist? Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren. Ja, natürlich, klar. Also wenn du merkst, dass die Bremse nicht mehr funktioniert. Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen. Das ist richtig. Natürlich, wenn es nicht mehr verkehrssicher ist, dann so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen. Bis zur nächsten Vertragswerkstatt weiterfahren. Naja, wer weiß, wie viele Kilometer die von dir entfernt ist. Welche Mängel an einem Fahrzeug können zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs führen? Abgefahrene Reifen, defekte Schlussleuchten, unzureichende Bremswirkung. Das ist alles richtig. Das kann alles sehr gefährlich werden. Was gilt unmittelbar vor und auf Zebrastreifen? Achtung davor und darauf. Dahinter ist es wieder ganz, ganz anders. Es darf nicht überholt werden. Es darf nicht überholt werden. Es darf nicht gehalten werden. Nicht gehalten. Es darf nicht geparkt werden. Ordentlich geparkt. Alles richtig. Hinter dem Zebrastreifen ist wieder alles erlaubt. Auf gar keinen Fall. Ihren Namen und ihre Anschrift am beschädigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden. Also richtig ist auf jeden Fall unverzüglich zur Polizei gehen oder die Polizei anrufen und sagen, was passiert ist. Dann kommen die sogar eventuell vorbei oder du musst zu denen hinfahren. Das ist ganz wichtig. Mit Name und Adresse sei jetzt mal so dahingestellt. Sie dürfen den Unfallort ohne weiteres verlassen. Ja, okay. Also in dem Fall ist Antwortmöglichkeit Nummer 2 richtig. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. In welcher Reihenfolge gehen Sie vor? Erste Hilfe leisten. Rettungsdienst alarmieren. Unfallstelle absichern. Unfallstelle absichern. Erste Hilfe leisten. Rettungsdienst alarmieren. Rettungsdienst alarmieren. Unfallstelle absichern. Erste Hilfe leisten. Ganz, ganz wichtig. Hier geht es um die richtige Reihenfolge. Und da ist die richtige Antwort die zweite, dass du als allererstes die Unfallstelle absicherst, damit keine weiteren Unfälle passieren. Ja, also das ist richtig. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun? Zur nächsten Telefonzelle fahren und Rettungsdienst alarmieren. Unfallstelle absichern. Prüfen, wie schwer die Verletzungen sind. Also immer erst die Unfallstelle absichern. Ein Polizeibeamter regelt auf einer Kreuzung den Verkehr, obwohl die Ampeln in Betrieb sind. Was gilt? Die Lichtzeichen der Ampeln. Die Zeichen des Polizeibeamten. Die Vorfahrt regeln den Verkehrszeichen. Also natürlich der Polizeibeamte, der macht das Ganze ja nicht zum Spaß. Ein Polizeibeamter regelt den Verkehr auf einer Kreuzung, an der Vorfahrtregeln der Verkehrszeichen aufgestellt sind. Was gilt? Die Zeichen des Polizeibeamten. Ich glaube, den Rest schenken wir uns jetzt, oder? Also, du hast vielleicht schon mal was gehört von der Pyramide, diese vier Stufen der Pyramide, ganz unten rechts vor links, dann Verkehrszeichen, Ampeln und ganz oben der Polizeibeamte. Und egal, was die Ampeln zeigen oder die Verkehrszeichen, natürlich, wenn der Polizeibeamte dir das und das Signal gibt, dann ist natürlich dies zu beachten. Welche Bedeutung haben Weisungen von Polizeibeamten? Ihnen ist Folge zu leisten. Sie entbinden von der eigenen Sorgfaltspflicht. Ihnen ist nur Folge zu leisten, wenn sie mit den aufgestellten Verkehrszeichen übereinstimmen. Also, natürlich nur das Erste. Sorgfaltspflicht ist natürlich kompletter Quatsch. Also, du bist natürlich immer selber verantwortlich. Und das Letzte wäre natürlich auch dämlich. Da bräuchte man einen Polizisten ja nicht. Welches Verhalten ist richtig? Also, siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Und siehst du die Hosennaht, dann hast du freie Fahrt. Das musst du dir merken. Aber wahrscheinlich erst im nächsten Video, da wir jetzt noch zwei Fragen machen. In dem Fall hat der Polizist seine Hand oben. Das bedeutet so viel wie gelb. Und da das gelbe Fahrzeug schon in der Mitte der Kreuzung ist, darf dieses jetzt noch abbiegen. Also, sprich, die Kreuzung räumen. Und wir müssen vor der Kreuzung warten. Der gelbe PKW muss die Kreuzung räumen. Okay. Er steht schon in der Kreuzung drin. Deswegen muss er die Kreuzung jetzt verlassen. Wir sind noch vor der Kreuzung. Deswegen müssen wir uns auf die Weiterfahrt vorbereiten. Deswegen müssen wir uns auf die Weiterfahrt vorbereiten. Gerade eben hatten wir ja rot sozusagen. Wir haben Brust oder Rücken gesehen. Deswegen müssen wir warten. Und er gibt uns jetzt gleich das nächste Signal. Also, er wird sich jetzt gleich drehen. Und da können wir uns schon auf die Weiterfahrt vorbereiten. Aber dazu gibt es dann wahrscheinlich im nächsten Video mehr Fragen. Welches Verhalten ist richtig? Jetzt sind wir wieder Brust oder Rücken. Also müssen wir auf die Bremse drücken. Wir müssen vor der Kreuzung warten. Vor der Kreuzung stehen bleiben. Okay. Das waren wieder 36 Fragen für heute. Und im nächsten Video, gehe ich mal davon aus, haben wir ziemlich sicher noch weitere zum Thema Vorfahrt mit Polizisten. Bis zum nächsten Mal.